Wir haben es jetzt hier am Flyer verteilen. Das ist eine der nächsten Aktionen, die wir uns vorstellen können, um meinen Vater zu suchen. Das ist der Flyer. Und jetzt hoffen wir halt auf eine gute Sprache. Das Foto ist schon ziemlich alt. Es ist fast 15 Jahre alt. Aber wir haben nichts anderes. Seit dem 8.00 Uhr. Ich habe erst von kurzem erfahren, dass sie auch nicht alles bekommen hat. So kann mein Vater schon kommen. Ich kann es nur noch sehen. Merci vielmals. Wir müssen halt alles versuchen, dass wir irgendwie... Und so eine Sendung, da gibt es doch zwei Sendungen. Ja, ich weiss, ihr seid drei Tage Bescheid. Also ich bin dran. Ich bin jetzt einfach mal Flyer. Wir müssen noch mal schauen. Also. Danke vielmals. Danke vielmals. Wenn ich irgendetwas sehe oder so, würde ich finden euch. Danke vielmals. Ich weiss, weil ich von Bosnlas nicht übergeliefert bin. Nein. Ich weiss es nicht. Das heisst, dass ich obdachlos bin. Ja. Haben Sie schon beim Parasiver und so... Äh, nein. Nein, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, in dem Bushaus. Genau. Ja, genau. Das ist, ne? Das ist die Obdachlosen. So, ich nehme das alles auf, weil wir es dokumentieren wollen. Ja. Und dann, wir lernen es. Wir haben eine Website gemacht und wir versuchen, wie... Sie können das dann verfolgen, weil dann helfen sie. Ah. Die steht auch da drauf. Ja, ist gut. Ich schaue das. Es ist dann schön gegangen. Okay.